Seit dem Tod seiner Mutter ist Michi auf der Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, bis er diesen Brief entdeckt. Zum Landrecht. Die Zeit ist ja immer beim Rudern. Aber der Vater, den er findet, ist überhaupt nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Aber da kommt echt noch ein bisschen mehr Zug rein zum Schluss, oder? Sag doch mal. Ganz ehrlich, deine Mutter hat mir kein Wort erzählt. Sie war meine große Liebe. Und eines Tages war sie verschwunden. Coole Jacke. Hol, der Checker. Das ist der Hausmeister. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dich meinen neuen Freunden vorstellen kann? Denkst du, ich will, dass die mich auch noch fertig machen? Schau mal, wer der Kopf leitet! Hör uns doch mal vor. Also, mich Zwerg, Zwerg Michi, ihr dürft euch jetzt küssen. Ich bin echt neugierig, wie du sofort ist, allein. Das ist wie bei Schneewittchen. Guck mal, das ist ein Kinderklo. Schau dir mal die Puppenküche an. Wer hat euch hier reingelassen? Du willst jetzt jedes Mal davonlaufen, wenn das mit deinem Vater aufliegt. Da kommst du ziemlich viel rum. Wenn du merkst, desto größer bist, desto wie dein Papa. Dann bist du erwachsen. Ich will ja jetzt noch nicht erwachsen sein. Du musst an deinem Gang arbeiten. Du watschst wie ne Ente. Qua, qua, qua. Handy in die Taschen und dann so. Ziemlich cool. Und los. Manchmal im Leben passiert dir etwas wirklich Großes. Bist du bereit? Auf Augenhöhe. Los rüber! Guten Tag. Könnte das sein, dass... Entschuldigung, ich dachte... Ab 15. September im Kino. Ab 15. September im Kino. Ab 15. September im Kino. era. Ab 15. December.